so will ich mal meine neue waffe testen die wir freigespielt haben hier war ich nur noch 300 schuss mit einmal dann habe ich die dann frei und die 45 habe ich umgebaut damit sie richtig schaden drückt und richtig geil abgeht brauche ich jetzt noch einen rucksack und die weste muss ich mir jetzt wiederholen weil ich habe einen operärer raus noch dafür meinen kleinen neuen operärer genommen den ich habe doch gut haben da habe ich mir den geholt und jetzt die coole aus wollte ich immer schon haben das ist komplett fertig kann ich nur ruhig machen da braucht es nur noch ein bisschen xp führen battle pass und so ein bisschen spaß mäßig wollte ich mal die neue waffe im spiel testen weil der hat keinen rückstoß und gar nichts die bleibt konstant auf allen punkt das ist eine geile waffe alles lmg wird schon was weggenommen habe ich die grüne leuchtspur munition eingemacht die ich mir gekauft habe weil ich den großen session pass genommen habe das ist natürlich umsonst gekriegt dazu wo man mal testen klein ich bin immer traurig machen neue videos aber das bleibt kaum einer oder das ist doch kaum einer ein ab oder warum auch immer keiner gibt mir mühe dass ich neue spiele vorstellen oder neues content habe und ja man hat manchmal auch keine lust mehr zu drehen ich habe zwar 400.000 aufrufe gehabt ganz ganz selten mein abo oder so na gut mal gucken gucken wir erstmal wo man am ehlager haben da ist die warum habe ich die jetzt dabei die hässliche waffe ich wollte doch meine eigene ok klatschen was man so machen extras brauche ich vier ich meine wasser reiche werden du vier feuerschalten habe ich jetzt nicht dabei ok scheiße ich habe auch jetzt alle dränge nicht dabei weil ich brauche eh zwei dränge habe ich genommen ich nehme ja gut sie gefällt mir die waffe die sind schon nicht schlecht aus was ist denn hier alter ach so das ist wegen ihr weil sie die fliege ist ach ne das ist die neue waffe oder was ok dann machen wir gleich mal ACV die rotzt was weg sie ist nicht schlecht die waffe g muss ich echt sagen mit marabine was klasse wir haben wir gleich ein fest tun sie können wir nachher gleich knacken brauchen wir mal ein bisschen kohle mit und kräften mit mit und die mit und und mit zu soll ja nicht das problem werden also fanschen und noch wieder auf alle die ab geht ja ich habe darauf dass ich irgendwo ein ding finden reste rucksack irgendwas mal alles absuchen mp2 für die finger geleckt ich suche mir schon alles ab was geht die waffe ist richtig nice gehalte ist so richtig schön musste aber 550.000 xp machen geiles teil muss ich sagen konstant kein rückstoß fix alle bleibt konstant auf einen schaden oder eine arbeitskollege hat gesagt ich habe unten nur einen anderen griff dran gemacht damit sie noch stabiler ist und mein leuchten meine leuchten leuchten mission reingepackten das war es mehr musste ich nicht machen tödlich deutschkommission rein und einen anderen griff das war es Fleisch gibt es nicht schade das ist als wenn du hier durch butter schießen die ist doch genauso gleich die pistole brauche ich aber vier tränke oder feuer schaden dass die die für sich ja gut ich habe neun operatern gefangen gefangen jetzt sind alles toll an ich muss aufpassen nicht dass mich irgendwas weg klatscht wäre nicht gesund Wo man Gift drauf passt. Wo ist denn mit einer Rechie? nicht schon geil ab alles weg wenn ich einen hund krieg ist das richtig geil da habe ich schon 600 weil dann kann ich mir ein fest und schlüssel holen dann kann ich die eine festung knacken oben wo ich mein freier wester und spalt 10.000 nur mit großen rucksack und was willst du mir so ist geil ganz schnell ihr zeug zusammen sammeln dass wir jetzt noch mal nachgeladen mal ach noch die zeit zu machen die misst du schon wiederbelebung so hier hast du affenbomber jetzt hier dritten punch schon ich brauche noch einen vierten jetzt glaube ich mir erstmal hier oben schlüssel ein hundwerk eine hunde hütte oder irgendwas ja ist aber nicht scheiße meistens wenn den hund brauchst christi natürlich nicht sie mal an dings gekriegt na scheiß fest meine fresse und köder hunde hütte ist nicht da muss jetzt aufpassen dass ich mich nicht ficken alter alter fickt euch ich habe das vergessen dort mitzunehmen die scheiß ficke junge warum blöd oder was habt ihr gekauft die scheiße rotzedei scheiß neuer so in der affe jetzt haben wir ich will schon so lange die pappel Ich weiß nicht, was ich weiß nicht. kein punch nix drauf also die ist so geil dreckviecher jetzt haben wir sind sind die Das war's für heute. ohne und ist immer alles ein bisschen schwieriger zwei westers mit besser als nix damit dass man überleben du es will die klatscht wie es keine hier ist keiner mehr so ist hier unten später machen ich bin ja nicht blöd das muss nichts wer dies hat sich schmutz wo man so dreier weste wir uns gucken wo die pisse herkommen da haben wir nämlich schön hier die klapperkräfte weggeklatscht ich bin frei von bürokratie so waffen versteckt vor auftrag ich würde mal hierher gehen weil hier ist ein immer hunde hunde hütt so ex fehlhammer eine 2 gas dauert hier geht's noch brauchst du quasi mehr na gut dann werden wir uns mal nach oben versetzen also 3er weste macht mal sicher ein paar rucksack müssen nicht ein bisschen mission machen Und einen Trank brauche ich nachher noch, da brauchst du was nach Kohle. Das habe ich mir gekauft dort. Ja alles easy. Die 2er sind ja auch sicher. Solche kleinen Loser wie kein anderer. Die XP ist fertig. Da brauch ich mir keine Gedanken machen. Todesdekiere, das kann ich mir noch holen, das ist der 4. Da kannst du die dann mit der Pistole in deinen Schädel schießen. Weil du brauchst ja dann, du brauchst ja die 4 äh... Gut, haben wir. Es steht ja auch da, hier. Wenn du 4 Dinger hast. Gut. Was ist der reichende Zombie mit voller Aufsatz? Ach, hab doch mal voller Aufsatz. Ne. Weiß ich jetzt nicht, ob das nicht zählt, weil ich hab das noch nicht. Das ist das andere. Muss ich schauen. Null. Kann sein, dass das aus nachher kommt. Ach ne, eins fehlt. Eins fehlt. Eins. Aber die Tränke, die habe ich. Das passt. Machen wir Eder. Die Betone ist stark, die ist geil. Kannst nix sagen, gell. Die ist richtig nice. Wenn die saugt, grüppelt Soldaten nur ihre scheiß Bots nicht hätten. Wär das alles richtig geil. these Scharfschütten erst aus. Bevor sie auf lustige Ideen kommen. Mit der einfach die Scharfschütten erst aus, bevor sie auf lustige Ideen kommen. Kaptisch. gold ist ich hier wo steht der scheiß koffer haben wir besser gereicht mehr das wäre das geilste ich kenne hundhütte hier junge so eine verdammte scheiße hochfahren die runden ist noch eine ex-fille ist ja hier üben als habe ich gesagt wird es gar schnell zwei dauert und drei hunden dauert aber müsste hier oben noch eine hundhütte sein nach kann es auch gehen irgendwo müsste eine hundhütte in der fliege sein ist es da hundhütte war auch immer hier nicht aufpassen aus kohle für den scheiß rucksack vielleicht findest du irgendwo einen gut hier oben gibt es immer rucksäcke das stimmt ich habe hier oben immer alles untersucht hat meistens hatte ich schwein haben einen großen rucksack ab und rein die messwerte des letzten ettersurms deuteten auf einen geologischen katalysator hin mit genügend daten haben wir den sturm zu vertreiben terminus verfolgt die positionierung dieser konsolen wahrscheinlich um herauszufinden was wir vorhaben holen sie sich die daten sofort hier ja so ein spinn müsste auf jeden Fall immer mal so einen rucksack sein meistens ah die Pisser hier ja richtig auf den Sack ey ja da man ja ja Gut, Hammer. Parcours-Rennen, hm? Meine Frage. Wenn du was brauchst, hast du das nicht geh. Oh, oh, oh. Ich hab ihn schon, war ich. sie ist alles gleich aus gibt es eine geile dannung wie immer eine geile dannung ich habe sie ja noch hier kann ich alles noch meine kleine fliege ob die fliege muss ich gucken dass ich mir nachher ich würde sie mir das große kalt sein schalten brauchst du noch mal so noch mal in erspart ist die 2000 aber wohl das hübsch noch ein platz für ihn hier musste ich jetzt komplett ein löchle damit ich ihn mitnehmen konnte wenn ich es dann wieder von null an geht scheiße mann ist also so musste auf dem dorm wieso musste durch die dinger springen ist ja verdammten krüppel alter verpässt euch mal weise die scheiße mann den köder krieg junge ja zweier west hier mit drei alter fickt euch fahrauftrag gucken meine fresse die gräber die gehen richtig auf den sack okay gibt es kaum was alter wurde abstaunen manchmal zum glück hast du drei rucksack gekriegt oder wenigstens ein zweier rucksack mittlerweile ist ja mit ich kaufe mir nach eben großen rucksack da brauche ich mir wenn große rucksack ist auch einmal trocken die rucksäcke alter die brauchst du da nicht mehr das ist immer so in diesen trecks kack spieler sucht sich dumm und dämlich genau wie mit diesen bauplänen hast du immer das zugeschissen mit dem bauplänen sie soll scheiße gemacht wir wollen das geld aus gibt es die aussteuer damit du immer schön ein paar plätze hast bei call of duty black of 6 nehmen sie sie nicht mit rein das wird ein kauf mit dem ist nicht und es schön bei einem müll es wird gerecht gewesen ist klar kommen nimmt oder zeug nicht mit jungs wenigstens bei zoppi nö das führt kein weg rein ist egal wie viele die leute ausgegeben haben haben wir ein geld hauptsache die machen schön wurde die arschlecher hier den scheiß besser überlegt was das spiel kostet die scheiße hundert neun oder neun siebzig kann mich schön am arsch lecken du spielst über den xbox pass und da ist gut geld für so einen scheiß aus alter wo du eh denn auch wo du nicht mitnehmen kannst und du kauf mir auch nix basiert mir nicht wieder ich habe es gut gefunden bei mw 2 haben sie gleich gesagt kommt ihr könnt euch mitnehmen das habe ich gut gefunden deswegen habe ich mal gekauft nach mw 3 später wo ich es nicht wollte ich spiele eh nur zombie schon seit tausend stunden jetzt genau ein bisschen was über tausend stunden aber es macht euch spaß zum beispiel am liebsten du hast eine ruhe kannst alles alleine machen und spielen viele zum bieten ein paar multiplayer ist nicht so das wahre man muss es mögen oder auch nicht möchte man den spielern selbst ob sie es lieben oder nicht lieben also ich ich mag ehre obwohl sie spiel mittlerweile auch kaputt gemacht haben mit ihren scheiß da immer mehr und mehr und mehr und mehr und mehr mittlerweile kann sich gar nicht mehr retten vorzunehmen das sind schon wieder zu viele gut ich sag mal das ist klasse wenn einer hier die dingsleveln wieder die DNA aber wenn du es halt schon hast brauchst du es nicht geh das ist ein schwarz hin so jetzt haben wir was mitgenommen seine erste löser mit zweimal zauber hier brauchst du immer wenn du in der 3er zone gehst mit der mama kommen ich habe 11.000 ich könnte eigentlich zur mama fahren und könnte mir rein theoretisch würde hier scheiße ist auch der brücke hier ist scheiße ist hier unten gibt kein geschütztes ist dreck das ist das ist belastend die scheiße ist die platt wofür kommando einige meiner klasse einen senden nicht mehr ich arbeite an ersatz aber das gefällt mir nicht habe ich Glück und die bleiben unten kann aber den verauftragten ich habe schon ein uberschied wie da auch noch die rottet aus, also die ist radikal, richtig geile Waffe, hier der Ausschläger, Schütze am Singstelle, da mal gucken, da wird die Mama unten sein, die ist meistens da unten, was nennen sie Mama, weil sie die Chefin ist, die große, guck dir den, schnell sein, hin, kaufen, ab, Rucksack, das ist zum Katzen hier immer, kann es nicht mal ablenken, nix, geh. Boah, fickt euch, alter. Großen Rucksack, wer ist da, ist da, macht es sauber, ja. Die macht dich kalt, wenn sie dich kriegt. Du kannst sogar 3er Zombies töten mit einer Waffe, mit einem 2er Punch, das gibt's auch nicht, oder? die ist so nice, die Waffe. Ich find die klasse, geh. Wer für Affenbombe. Wie ihr Idioten. Schön kalt mal gefüllt, Alter. Schön in die Fresse schießen. Schwach mal. Achtung. Das sind 2er. So, wenn du 2er Punch hättest, easy. Das Pferdchen behalt dich auf jeden Fall. Steht hier irgendwo ein Geschütz, wo noch ein bisschen Punkte machen können. Nee, eigentlich nicht. Schade. Ein Lendenstückenschütz, und nicht viel, hier ein Stückenschütz ist auch nicht viel. Hmm, Expeditionen, kein Geschütz. Expeditionen, kein Geschütz, und Expeditionen, da unten. doch nicht auf die säcke scheiße meine also muss trennen und muss gleichzeitig klötzen auf der karte wo was ist kohle ist weg von rucksack ist aber scheiße gar hat sich gelohnt ich habe es gesagt ich habe es gewusst das wusste ich habe die arschlöcher ich bin ich immer froh wenn ich hier wiederbelebung alle ohne scheiß man kann echt nicht genug haben was ist damit links und dann rechts oben da kommen wir wieder links innermüll drinnen wirst du sehen nur scheiße dafür mache ich mich hier zum affen ich habe einen rucksack 3er weste 3 minuten 41 also das ist der letzte auftrag wie ich exfilen nimmst du unten den warum das gas ist treten sie zurück das war die werbung selbst schuss an selbst schutz das war es 40 blaues Werkzeug einer grünes Werkzeug Lütter Munition so hier unten ist es oder mal das ist jetzt Gras hier unten gehe ich weil hier ist gar das dauert nicht so lange geht hierher Gras dauert nicht so lang das geht schneller her auch verpisst euch doch mal ihr krüppel alter was anderes ist es nicht als gräber es nervt mittlerweile mit dem scheiß Dreckszombie gräbeln hier wird mittlerweile immer mehr richtig schlimm penetrant ist die scheiße mittlerweile da hinten wirst du sehen da gibt es eine Köder Köder Hunde Hütte ich wusste es immer dahin immer gut kleinen kann man gebrauchen ist immer gut an vielleicht kommen da willst du dich verpissen mann du arschloch wo ist mein köder oder was das dreck wie gibt es überhaupt nicht alle das eine die saugrüppel jungen und sonst zweier scheiß drecks köder müsste das aushalten noch mal 14 dreck kohle mitnehmen vielleicht nicht mehr viel 21 machen wir hier bei sind man muss gleich weg den scheiß die köder die hüpfen leider verpisst euch doch einfach nur idioten verbandskästen tausend stück du wirst auch brauchen jahre 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 gerade die bixer alle kalt machen landezone für die extraktion markieren wieder was fertig besonderes nämlich durch voller aufsatz und feuer schaden meine wach war ja nicht mitgenommen idiot warum er immer arsch ja das geschützt macht die weg aber auch immer keine gedanken machen kippt schön heilsaura wird gestapelt manche leiche terminiert ach so hier hier ja damit musst du drei mal Kils machen die wahrscheinlich nicht fertig kriegen ja gut musst du dich mit ein stück machen kannst du denn zwei stück machen die drachenschuppe ist schnuppe zweimal kannst du ruhig rufen schütz doch mal noch mit dem stück passt schnuppe aber wenn ihr die ganzen vier kommen du musst du schon wenn du das geben willst das ist aber hübsch das ist wie hier in der normandie guck mal hin hier geile scheiße habe sie noch eine auszeichnung hier wurde die 300 es wird die schnuppe 2 ein das sind die alles genau und ab hier es gibt doch einen schönen xp und es gibt es jetzt 300 bis 20 auszeigen weiß es nicht weiß es gut für mich ist immer gut auszulich mehr das ist ein kurier zu haben weil ich hab's voll bei der passkiste auch voll auch so mit langsam mit langsam ist es auch voll die eine besitzen kann ich jetzt nicht die gucke ich mir gleich mal die gucke ich mir gleich mal das wird noch ein doch gegeben da sage ich doch arsch dreck müllmann das a hier herausforderung geschafft das wollte ich werde ich machen aus schön alles nacheinander macht man auch das dann ist das hier komplett alles fertig das ist schon fertig also machst du erst das hier dann machst du das fertig dann ist das hier komplett alles fertig hier langsam rüber macht das hier in der zeit kommt das hier das ist hier scheiße das ist ihr müsst vorbestellen den dreck mit ihren mist kriegst mehr ist es nicht ist es ist echt nicht das ist aber die war auch frei also komplett frei strafenschuppe christi dauert bist du ohne dass wir klassen das hier ist feuer schaden das ist hier voller aufsatz warum er das jetzt nicht warum er meine waffe nicht genommen hatte schwein das ist doch unnormal weil meine waffe ist doch die hier hier habe ich doch dabei 400 habe ich nämlich noch ich wollte sagen gut